Morgen Leute auf YouTube. Jetzt geht es erst mal zum Aussichtsturm auf dem Hackenberg. Da lass ich mir kurz die Drohne steigen. Wunderschön hier oben. Hier kann man die Agatha Sperre von oben sehen. Ich bin da auf dem Weg Richtung Aussichtsturm. Wunderschön hier oben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt sind wir am Ziel angekommen. Jetzt fliege ich gleich mit der Drohne hoch und mache einen kleinen Rundflug um die Drohne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So Leute, jetzt geht es mal wieder nach Hause. Film schneiden, nachvertonen. Mal gucken, was ich daraus mache. Tschüss!